Was kann man gegen Suizidgedanken machen? Zu einem muslimischen Psychologen gehen. Wenn du Suizidgedanken hast, dann ist da ein Problem mit deiner Psyche. Und die Probleme der Psyche musst du bei den Profis behandeln lassen. Das heißt, bei einem muslimischen Psychologen. Wenn du eine Frau bist, am besten bei einer Frau.